Morgen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und willkommen zu den Handelsideen für den 31. Juli 2018. Der Monat neigt sich damit dem Ende und wir besprechen hier im Juli ein letztes Mal ein paar interessante Situationen im Chart. Ludger, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich heute auch wieder hier viele Live-Gäste dabei zu haben und lade sie wie jeden Morgen auch ein. Wenn sie einen Wunsch-Chart haben, gerne einfach hier in Facebook im Chat posten, dann schauen wir da auch direkt einmal hinein. Und damit würde ich sagen, direkt auch in die Präsentation für heute hinein. Elena, schönen guten Morgen auch du live dabei. Das freut mich sehr, dass du dir die Zeit hier nimmst. Zum Risikohinweis der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren. Sie sehen aktuell hier die Tagesnachrichten gestern. Gestern war es nicht ganz so viel, heute eine Latte an Nachrichten. Das ist der Vollbildschirmfilm. Das haben wir auch nicht ganz so oft. Sprechen wir mal die wichtigen Dinge hier durch. Und zwar Relevanz 3, das Allerwichtigste mit den höchsten Impact-Erwartungen auf die Märkte. Um 9.55 Uhr gibt es die Arbeitslosenzahlen hier aus Deutschland. Um 11 Uhr den Verbraucherpreisindex in der Eurozone. Eurozone. Stichwort Inflation. Das ist sehr, sehr wichtig. Daran orientiert sich auch die Zentralbank. Wir haben ja im letzten Mal der Notenbank gut lauschen können. Und da wurde ja gesagt, dass die Inflation sich mittlerweile in die richtige Richtung entwickelt. Oder entwickelt, beziehungsweise bewegt. Sie hat ja das Ziel, die EZB, eine Inflation von gut 2%. Und schauen wir mal, was wir hier momentan haben. Wir haben im letzten Ergebnis 2% Inflation gehabt. Die Prognose ist ebenfalls bei 2%. Wir werden sehen, was kommt. Ob sie bei 2% geblieben ist, gestiegen oder gefallen ist. Aber das sind auf alle Fälle wichtige Zahlen. Auch zur Zinsentwicklung hier in Europa in der Zukunft. Was geht weiter im Bereich der allerwichtigsten Nachrichten? Es gibt hier das Verbrauchervertrauen für den Monat Juli aus den USA. Und damit gehen wir gleich mal in die zweitwichtigsten Nachrichten. Das sind immer so die Nachrichten um die Hauptnews oben rum. Das heißt hier um 9.55 Uhr gibt es neben der Veränderung der Arbeitslosigkeit auch gleich noch die Arbeitslosenquote für Deutschland. Wir bekommen um 11 Uhr dann den Verbraucherpreisindex, hier die Kernrate. Wir bekommen Informationen zum Bruttoinlandsprodukt der Eurozone und natürlich auch die Arbeitslosenquote für den Monat Juni in der Eurozone. Am Nachmittag dann um 14.30 Uhr. Da geht es auch so ein bisschen um die Inflation und zwar die PCE-Kernrate. Da gibt es den Preisindex für den aktuellen Monat hier und natürlich den Arbeitskostenindex in den USA, um abzulesen, wie verhalten sich denn die Lohnsteigerungen hier in diesem Bereich. Was gibt es noch hier am Nachmittag? Wir bekommen um 15.45 Uhr noch den Chicago Einkaufsmanagerindex und um 22.30 Uhr den API Rohöllagerbestand. Das mal ein kleiner Überblick über die große Menge an Nachrichten, die heute im Laufe des Tages entsprechend auch veröffentlicht werden. Das bitte auch immer auf der Uhr haben, wenn Sie Trades machen. Gerade im kurzfristigen Bereich kann das hier zu starken Ausschlägen kommen, zu Liquiditätsentzug vor diesen Nachrichten, zu Spread-Ausweitungen. Also all diese Dinge, die um Nachrichten passieren können, sind heute auch besonders wichtig bei der Menge an Nachrichten, die wir hier entsprechend haben. Und damit würde ich ganz gerne mit Ihnen in die Charts hineingehen. Ich habe heute vorbereitet die Ideen im Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar, US-Dollar, Chinese Yuan und dem WTI. Und da würde ich sagen, gehen wir direkt auch in die Charts hinein. Hier starten wir einfach mal mit dem Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar in die Besprechung hinein. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Chart im Währungspaar, der uns anzeigt, hier oben bei 109681 in diesem Bereich in etwa ist Ende der Fahnenstange. Da oben ist der Markt mehrmals reingelaufen und hat immer wieder mit Verkäufen reagiert. Das heißt, da oben ist erstmal wirklich der Deckel drauf. Da muss der Markt einfach noch etwas arbeiten, wenn er da oben drüber will, um hier entsprechend oben drüber auch zu kommen. Wenn er es schaffen sollte, das steht für mich jetzt hier noch nicht auf der Agenda, aber wenn er es schaffen sollte, dann haben wir hier in der Zukunft einige Anlaufpunkte noch auf der Oberseite. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, weil das einfach noch viel zu weit weg ist. Das Szenario ist noch lange nicht aktiv. Das, was hier momentan aktiv ist, ist viel interessanter zu beleuchten, nämlich die Tatsache, schauen Sie, wir hatten hier entsprechend, wo ich diese blaue Linie eingezeichnet habe, um die Marke von 108526 hier einen Markt gehabt, der gestern unten drunter gestochen ist. Das heißt, das war mal das Tief, dann gab es einen Schub nach oben. Gestern sind wir drunter gelaufen. Das heißt, wer das Ganze sich mal rein technisch anschaut, rein technisch ist das, was wir jetzt hier haben, erst einmal ein abwärtsgerichteter Trend. Punkt. Damit ist gut, aber was kommt jetzt? Also jetzt kam Folgendes, an diesen Stellen kann ja immer zwei Dinge passieren. Der Markt läuft direkt runter oder er stößt erst einmal ab. Im kurzfristigen Bereich ist er jetzt erst einmal abgestoßen. Das ist etwas, das ist nicht ungewöhnlich. Wichtig ist halt, was dann am Ende folgt. Das heißt, schiebt es den Markt weiter nach unten oder geht er nach oben. Da wir jetzt hier momentan so ein bisschen was in April sehen, kommt hier oben diese abfallende Trendlinie wieder zum Tragen. Das heißt, da kommt es darauf an, was macht der Markt dann oben an dieser Linie. Wir haben das ja in den letzten Tagen auch immer gesehen. Immer wenn er in diesem Bereich oben ran gelaufen ist, wurde direkt wieder abverkauft. Sollte er diesmal auch wieder oben ran laufen und vielleicht sogar noch ein Stück drüber weit gehen wollen, haben wir hier Anlaufpunkte. Erst einmal natürlich das Tageshoch von gestern um die Marke von, ich kann das gar nicht so richtig entziffern. Ich muss mal mir den Kontrast hier ein bisschen besser einstellen. Hier haben wir die Marke von 108948 bzw. dann ein Stück weit höher hier das Tageshoch bei 109098. Das in diesem Markt auf der Oberseite erstmal an kurzfristigen Anlaufpunkten hier zu sehen. Sollte der Markt weiter nach unten laufen, das heißt diesen Abwärtstrend hier nach unten hin fortsetzen, dann wäre mal der nächste Anlaufpunkt hier um die Marke von 108327. Das habe ich aus dem Stundenchart herausgenommen, aus dem Chartverlauf der Stunde. Und dann der nächste hier dieses Tagestief vom 28.06. um die Marke von 107831. Das ist das, was wir hier nach unten hin auf der Liste erst einmal haben sollten. Das heißt mittelfristig bricht dieser Schub noch einmal nach unten. Das heißt setzt sich diese Bewegung hier nach unten hin fort. Dann wären das diese beiden Anlauflevel, die wir hier haben. Und auf der Oberseite entsprechend dann die Punkte, die ich hier genannt habe. Das Ganze, wer sich das im Stundenchart auch einmal anschauen möchte, da sehen wir momentan die Korrektur der letzten Bewegung. Sie haben jetzt hier mal die schönen großen Schwünge, die wir hier nach unten haben. Hier ist der letzte Bewegungstrend sozusagen. Hier war das Korrekturhoch entsprechend auch an dieser Linie. Jetzt sind wir hier sehr, sehr hoch geschoben. Und hier kommt es jetzt halt wirklich darauf an, was der Markt macht. Schiebt er weiter nach oben, wie schon gesagt, sind diese beiden Anlaufpunkte hier, wie ich genannt habe, im Stundenchart entsprechend auch ersichtlich um diese Hochpunkte hier im Markt. Ansonsten, wenn es weiter nach unten geht, dann haben wir hier, Sie sehen es selber, hier drüben gab es mal einen Korrekturtief. Hier in diesem Bereich deswegen die magendafarbene Linie im Tagesschart. Und hier unten haben wir dann das Korrekturtief, was davor gewesen ist, aus diesem Aufwärtsschub entsprechend nach oben mit im Markt liegen. Also diese Dinge haben wir hier beim Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar im Stundenchart auch nochmal genauer unter die Lupe genommen. Und damit gehe ich in den nächsten Währungsmarkt hinein. Hier in die Koppelung US-Dollar-Chinesische Währung. Heißt also hier auch wieder das Ganze im Tagesschart. Das ist ein Chat, den haben wir nicht ganz so oft auf der Uhr. Aber aktuell ist da etwas, wo ich sage, da kann man ruhig mal hinschauen, weil sich dort etwas tut, was interessant ist. Und zwar aus folgenden Gründen. Schauen Sie mal, ich lasse den Chart jetzt mal ganz kurz so wie er ist, damit wir auch die Historie hier hinten mit sehen können. Schauen Sie mal, was wir hier oben momentan haben bei der Marke von 6,85216 ist hier ein Widerstandsbereich. Da ist der Markt schon einige Male oben reingelaufen. Das heißt, wir sehen die Dynamik nach oben. Wir sehen hier auch ganz stark ansteigende Hochkurse. Das heißt, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Markt immer früher anfängt zu kaufen und nach oben will. Aber jedes Mal, wenn der Markt hier oben in diesen Bereich hineinläuft, die Preise hier um die 6,85216 hineinlaufen in dieser Region, gibt es wieder Verkaufskerzen. Das heißt, Sie sehen hier oben wirklich die sehr, sehr starken Abverkaufslunden. Hier baut sich also Stück für Stück eine Situation auf, die irgendwann mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgelöst wird. Entweder über die Oberseite oder über die Unterseite. Wenn wir über die Oberseite drüber hinaus laufen, dann hat das einen gewissen Charme für weitere Kurssteigerungen. Weil, wenn wir etwas mal in die ältere Chart-Historie hineinschauen, wir haben jetzt hier bei 6,85887 bzw. 6,88572 haben wir hier im Chartverlauf die nächsten Anlaufpunkte auf der Oberseite. Das heißt, das ist von hier oben aus gar nicht so weit weg, wo der Markt dann schnell Anlaufpunkte finden kann. Und Sie wissen ja, das ist immer gut, wenn wir relativ nahe Anlaufpunkte haben, weil das kann dann wirklich schöne Dynamik in den Markt auch hineinbringen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant für die Oberseite, auf der Oberseite zu beachten, was hier oben draus passt. Es muss natürlich eins kommen, hier oben muss wirklich Dynamik entstehen. Das heißt, wenn wir hier oben immer wieder dieses Zögerliche haben, nur mal kurz reinlaufen und wieder nach unten schieben, das ist dann natürlich jetzt nicht das Szenario, wo man sagen kann, okay, hier kommt massiv Kaufdruck aus, hier ist Dynamik, hier ist starkes Momentum drin. Und das macht hier überhaupt keinen Sinn. Also wir brauchen schon schön den Schub nach oben, um dann entsprechend diese Dinge auch mitzunehmen. Das heißt, das Zögerliche muss weg. Bleibt es bei diesem zögerlichen Verhalten? Und der Markt dreht tatsächlich einmal rum und macht etwas an Korrektur. Dann sehen Sie schon, haben Sie hier relativ nahe die Tagestief als Anlaufmarken. Ein Tagestief, was ein Stück weiter weg ist, ist dann hier die Marke. Von wann war das gewesen? Wir schauen mal ganz kurz nach. Das war hier vom 27.07. Das ist der Kursbereich des Tagestiefs von 0, entschuldigen Sie, 6,80118, was wir hier am Tagestief haben. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt. Und dann haben wir hier unten so einen Bereich, wo wir zwei Tagestiefs schon mal hatten. Einmal das Tagestief hier am 19.07. und einmal das Tagestief vom 26.07. Wir sollten bei 6,73712 hier in diesem Chart das Ganze auch zu ersehen auf der Unterseite. Und jetzt würde ich ganz gerne mit Ihnen nochmal einen Blick in den Chart werfen. Im Stundenchart, wenn wir mal sehen, wie sieht denn das hier oben auch immer aus in diesem Bereich, wenn wir in den Widerstand hineinlaufen. Und da sehen Sie hier, da kommt nicht richtig Kaufdynamik auf. Der Markt läuft rein und verkauft sofort wieder ab. Hier läuft der Markt wieder rein und verkauft sofort wieder ab. Also das könnte auch eine kurzfristige Handelsstrategie sein, hier oben entsprechend rumzudrehen. Das heißt, immer dann, wenn die Märkte hier oben reinzugehen, die Gegenposition mit aufzubauen. Jetzt ist es natürlich so, dass der Markt hier immer näher und enger zusammenläuft an dieser Stelle. Heißt also, von der Seite her würde ich jetzt nicht so, sage ich mal, wahnsinnig stark davon ausgehen, dass wir wirklich eine Garantie haben, dass der Markt jedes Mal abprallt und nach unten bricht. Warum? Weil wir hier halt in diesem Chart momentan auch ein Dreiecklaufen haben. Hier ist es so, ich zeige es Ihnen mal ein. Also innerhalb dieses kleinen bestehenden Aufwärtstrends, den wir hier haben, hat sich jetzt ein Korrekturmuster aufgearbeitet. Das ist, ich sage mal so grob über den Daumen, symmetrisches Dreieck. Und dieses innerhalb eines aufwärtsgerichteten Marktes zu haben, ist eher ein Long-Umkehrmuster. Das heißt, ein Long-Korrekturmuster, wo es in der Regel so ist, dass das über die Oberseite gebrochen wird. Das heißt, das wäre dann mal ein Argument zu sagen, wenn der Markt tatsächlich da oben drüber laufen sollte, dass dann halt auch aus Seiten der Chart-Technik hier die Möglichkeit bestünde, dass wir wirklich mit Schmackes oben drüber laufen. Und da könnte sich natürlich im Vorfeld jetzt eine Dynamik aufbauen, die dann wirklich schön die Kraft hat, oben drüber zu laufen und dann entsprechend in die höheren Bereiche hier, genannt aus der Vergangenheit, mit hinein in den Markt zu springen. Also das mal zum Währungspaar US-Dollar, chinesischer Yuan. Und damit gehe ich mit Ihnen gemeinsam noch in den Chart vom WTI. Da ist ja in den letzten Tagen auch wieder ordentlich Bewegung hineingekommen. Wir stehen jetzt schon wieder deutlich über der 70 US-Dollar-Marke. Sie haben hier den starken Kursrückgang gehabt. Da haben wir ja auch drüber gesprochen hier in den Webinaren das ein oder andere Mal. Und wir hatten jetzt vor ein paar Tagen hier unten um die Marke von 67, 03, 05 hier in diesem Bereich hier unten hatten wir ein Tief, bei dem der Markt direkt dann auch wieder nach oben gelaufen ist. Untergeordnet sehen wir auch sehr schön den aufwärts laufenden Trend in der Stunde. Das ist wirklich schön zu sehen. Wir haben hier auch ein bisschen Volatilität. Das sehen Sie an der Ausformung der Kerzen mit diesen Lunden und Dochten, die wir hier innerhalb vieler Kerzen auch haben. Was wir jetzt hier sehen, ist ein schön aufwärts laufender Trendkanal. Das ist jetzt erst einmal ein Fakt, der da ist, wo man sagen kann, hier oben oder hier in diesem Bereich läuft der halt schmal hoch innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals. Wenn man das Ganze mal ein bisschen so in die Charttechnik einsortiert, dann ist so ein Trendkanal innerhalb eines Abwärtstrends immer mal so ein bisschen als Korrekturmuster zu sehen. Das heißt, wir haben jetzt hier entsprechend den Markt nach unten laufen. Hier haben wir das Korrekturmuster. Bruch nach unten würde entsprechend den Abwärtstrend weiter fortsetzen bzw. die Bewegung in Richtung des Abwärtstrends initiieren. Anlaufpunkte hier wären dann beispielsweise Tagestiefs hier um die Marke von 69,34, 68, 66 und 67,78. Also die Tagestiefs, die wir entsprechend hier im Markt vor uns haben. Dann könnte man noch das Tagestief von gestern an Anlaufpunkten bei 69,73. All das haben wir jetzt hier im Markt unter uns liegen. Dazu muss erst einmal Schwäche aufkommen. Die letzten Tage ist der Ölpreis ja nach oben gelaufen. Wir haben jetzt heute und morgen wieder ein paar Nachrichten um den Ölpreis auch da. Da wird sich zeigen, was der Markt macht. Hier oben um die Marke von 71,66. Das ist das Tageshoch vom 13.07. Da haben wir einen Anlaufpunkt, wo der Markt dann auch erst einmal noch drüber muss. Das heißt, hier entscheidet es sich auch. Läuft er weiter? Nimmt er dieses Hoch hier raus? Dann läuft dieser Aufwärtstrandkanal natürlich schön weiter stark nach oben. Dann heißt das hier, wenn man diese Marke genommen hat, hat der Markt noch deutlich Luft nach oben hin Fahrt aufzunehmen, weil das nächste Tageshoch steht dann erst hier oben um die Marke von 74,26. Dann sehen Sie, haben wir hier oben in diesem Bereich auch relativ nahe Tageshochs liegen. Also da ist nach oben hin einiges an Potenzial da, wenn der Markt wirklich dynamisch nach oben durchstartet. Also hier ist jetzt aktuell eine Situation, wo man genau hinschauen kann, was passiert denn jetzt hier und hier mache ich das ganz gern so, dass ich mir diese Trends bzw. diese dynamischen Kanäle, die hier so als Korrekturmuster nach oben laufen, in der untergeordneten Zeiteinheit anzuschauen, weil da sehe ich am ehesten, wann es dazu kommt, dass wir Abwärtsdynamik haben. Und Sie sehen jetzt hier momentan etwas an Abwärtsdynamik, weil der Markt hier nach diesem starken Schub nach oben jetzt hier in der Stunde einen Abwärtstrend gebildet hat. Der ist jetzt da, aktuell in seiner Korrektur und jetzt kommt es halt darauf an, das ist jetzt mal die Korrektur dieses Schubes hier nach oben und Sie sehen auch durch diese entsprechende Volatilität innerhalb dieses Kanals ist es jetzt nicht so, dass man einfach hier traumhaft schön einen Aufwärtstrend zeichnen kann, der so einfach weitergeht, sondern Sie sehen hier auch regelmäßig Trendbrüche. Das heißt, da muss man die Schwünge schon etwas anders ziehen, aber Sie sehen halt hoch, tief, hier war das tief, hier gab es ein neues Hoch, bumm, gebrochen. Danach lief der Markt wieder hoch und dann hat er wieder den Trend entsprechend gebrochen. Also Sie sehen hier ist innerhalb dieses Kanals permanent ein Wechsel von Trends an anderen Staaten. Das heißt, das macht den Handel nicht unbedingt einfach, aber das ist halt das Schöne, wenn man in diesen Kanälen auch arbeitet, da kann man relativ ruhig entsprechend traden, wenn man einfach sieht, was macht denn der Markt auf der Oberseite oder der Unterseite. Das heißt, irgendwo zwischendrin einzusteigen ist hier nicht, sage ich mal, das Ziel des Handels, sondern interessant ist es immer dann, wenn man sagt, man steigt auf der Oberseite ein, beziehungsweise auf der Unterseite ein und tradet dann zur Gegenseite, um dieses Hin- und Herschwingen zwischen diesen Kanaloberseiten entsprechend mit rauszunehmen. Da kann man auch hier dann am Markt gute Absicherungsmöglichkeiten entsprechend finden. Und das ist das, was wir jetzt hier gut innerhalb dieses Kanals auch machen können. Was jetzt hier an dieser Stelle halt spannend ist, wann der Markt halt wirklich nach unten oder nach oben dreht. Das müssen wir vom Markt abwarten lassen. Ein Szenario, beispielsweise wie wir es nach unten sehen können, wäre, ich zeichne Ihnen das mal ganz kurz ein, wäre, wenn wir jetzt hier beispielsweise diesen Abwärtstrend, den wir jetzt hier drinnen haben, der ist jetzt hier in seiner Bewegung gelaufen, dann entsprechend hier nach oben gezogen in die Korrektur, dann gab es hier entsprechend die Trendentstehung. Wenn wir jetzt sowas haben, dass der Markt hier in relativer zeitlicher Nähe diesen Trend bricht, nach oben läuft, dann haben wir hier einen Trend, der schnell zu Ende ist. Dann haben wir hier vielleicht eine Trendentstehung. Und wenn dieser Trend hier nach oben dann läuft und dann plötzlich anfängt zu brechen, dann wäre das ein Signal, dass wir hier einen Trendbruch haben, der dann deutlich weit nach unten laufen könnte. Das wäre mal so ein Szenario, wie das Ganze hier innerhalb des Chartverlaufs auch ausschauen könnte. Wie schon gesagt, das ist alles Mutmaßung. Wir wissen nie, wie es weitergeht. Die Seite hier, die rechte Bildschirmseite ist nun mal weiß. Wir wissen nicht, was die Händler in diesem Bereich auch machen. Wir wissen halt nur, was hier im Tagesschart in der Historie passiert ist. Wir hatten hier diesen wirklich sehr, sehr starken Move nach unten. Wir haben immer wieder hohe Schwankungsbreiten. Und das ist es, das wir hier im kurzfristigen Trading auch gut nutzen können. Man muss halt nur die Zeiteinheiten entsprechend an dieses Level hier auch anpassen. Und damit möchte ich mich für heute mit Blick in den Chart nochmal verabschieden. Wenn bei Ihnen der letzte Tag im Juli Fragen sehe ich im Chat jetzt gerade nicht, dann bedanke ich mich bei Ihnen auch für Ihre Aufmerksamkeit an Ihrer Stelle. Morgen gibt es wieder den Blog-Eintrag. Aller, aller spätestens 8 Uhr ist der hochgestellt. Und danach um 8.30 Uhr hier live wieder auf Tickmill bei Facebook. Die Besprechung der entsprechenden Charts. Und für all diejenigen, die das Ganze im Nachgang auch noch anschauen. Wenn Sie es einrichten können, kommen Sie ruhig mal morgens live im Webinar vorbei. Dann können wir auch gerne den einen oder anderen Wunschschart besprechen. Also dann wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Tag. Immer mal ein kühles Eckchen. Und gute Trades. Bis morgen, Ihr Mike Seidel. Nutka, bis morgen. Ich freue mich drauf. Tschüss.